Und da sind wir wieder bei Call of Duty Ghosts, Part 12 müsste das jetzt sein. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben im Dschungel, sind aus dem Flugzeug gefallen und jetzt hier irgendwo und nirgendwo. Und wir suchen jetzt hier unsere Kameraden. Ja, was für Hügel. Aber ich sag schon mal falsch. Ist das ein Gegner? Okay, sind immer noch Patrouillen unterwegs. Das heißt also, das ist ein Gegner. Wir sind auf irgendeinem Hügel. Aber was für einen hier sind mehrere. Oh. Ich will hier nicht so gerne erwischt werden. Das ist jetzt hier wieder so eine Schleicharbeit. Hatten wir schon etwas länger nicht mehr in dem Spiel. Seitdem Hunde... ...teil da. Okay. Geh erstmal langsam hier durch. Schau mal, der Typ sieht das nicht. Wow, der hat gerade nach hinten geguckt. Das war knapp. Ich glaube aber, wir müssen hier lang. Oh, da sind ein paar mehr, sehe ich gerade. Ich sehe es jetzt erst, dass man da unten auch sehen kann, wo die Gegner sind. Aber hier ist die Abschlussstelle. Oh, oh. Wir müssen die mich eigentlich nicht sehen können. Geh, ich lass ihn einfach mal vorbeirennen. War hier noch einer? Keine Ahnung. Wir rennen einfach mal weiter. Das sieht auch nicht so aus wie... ...Verbündete. Ich glaube, wir haben da irgendwas. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Hier hoch kann ich nicht. Wir müssen hier weiter hoch. Ne, hä? Was ist das, dass ich in die vollfällige Richtung renne? Oh, da müssen wir einfach nur langschleichen. Wow. Oh, 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 oh. Ach der Scheiße, ach der Scheiße. Ich glaube, die anderen haben wir uns jetzt nicht entdeckt. Wir müssen mal schnell weg hier. Ich finde es auch nicht gut, wenn die... Oh, oh. Eigentlich dürften die mich hier nicht finden. Im Gras. Was sehr geil gemacht ist, muss ich sagen. Ich schleiche mich einfach mal hier durch. Das ist mal wieder so eine... ...durch eine Aufgabengefallen mir in dem Spiel. Ist auch ein bisschen spannend. Hä, wo sind die jetzt? Da irgendwo. Okay. Ich schleiche mich einfach mal hier lang. Hier kann ich nicht lang, irgendwie. Wow. Da ist ja eine ganze Nähe an uns. Hä? Nach da. Aber wir schießen mal nicht drauf. Oh, oh. Vielleicht dachte ich nicht, dass hier so wenig Gras ist, nur. Oh, hier müssen wir rüber springen. Das wäre ja nicht schlecht, wenn ihr mal angreift. Was? Soll ich schon angreifen? Oder was? Bin mir nicht sicher. Wow. What? What? Woll, ich hätte nicht gedacht, dass sie mich hier so sofort sehen. Wow. Lol. Das ging schnell. Alter, was geht denn jetzt ab? Ich hab die gar nicht so schnell gesehen. Warte, jetzt hat sich hier gerade irgendwas auf meinem PC geöffnet. Ich hasse das. Okay. Äh. Es ging schneller, als ich erwartet habe. Ich glaube, das war nicht so... ...der Plan, was man machen muss. Lassen wir einfach mal weitergehen wieder. Ich guck gerade weg. Dann kommen wir hier durch. Wir rennen einfach mal durch. Oh, oh. Ich seh die gar nicht. Wo sind die? Okay, okay. Wir verstecken uns einfach mal. Und endlich Munition haben die ja natürlich auch nicht. Da war noch einer, oder? Okay, das war gut gemacht. Die Musik ist vorbei, also müssen es eigentlich alle Gegner gewesen sein. Oh, oh. Hä? 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 Wo? Wo ist der? Ja. Alter. 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 Alter, ist das hier eine Action. Dürfen wir hier nicht sehen können, eigentlich. Alter, geht das hier ab. Ich würde mich gerne mal... ...jetzt zu meinen Verbündeten. Aber hier sind so viele Gegner. ...dürfen wir hier drüber. Du musst sie umgehen. Oh. Okay, das war mein Handy. Ich hoffe, man hat das nicht gehört. ...dürfen wir hier nicht gehört. Äh. Alter. Ja, das ist mein Handy vibriert gerade. Ich weiß auch gerade nicht, wieso. Okay, wir sind die Trümmer anscheinend umgangen gerade. Alter, Handy ist gut. Ich hoffe, man hört das nicht, aber ich glaube, man hört das sowieso. Also, ducken ist hier nicht möglich. Hä? Ich bin irgendwie eingefangen gerade. Das ist doch, ich kann hier nicht raus. Was ist doch jetzt? Hä? Sollen wir hier hoch? Wo muss ich hin? Das ist so groß hier. Leute, wo seid ihr? Hä? Ist es überhaupt der Sinn hier? Ich check gerade das Spiel nicht. Ganz ehrlich, das Spiel überfordert mich gerade. Ah. Aha. Aha. Hier sieht es nach dem Abschluss aus. Und hier sind auch wieder Wachen. Wow. Nicht nur. Äh, eine. Oder mehr. Ein paar. Es wäre geil, wenn jetzt mal blaue Personen auf der Karte angezeigt wären. Ich glaube, ich bin wieder am Anfang, kann das sein? Okay, ich glaube, wir müssen da hoch. Da müssen wir, glaube ich, hoch. Aber hier sind so viele Menschen. So viele Gegner. Das ist fast unmöglich, hier durchzukommen. Wobei das nicht gut geht. Hä? Aber dann kriege ich Schaden. Aber das war das Feuer, glaube ich. Leute, wo seid ihr? Ich dachte, dass sie mir mal helfen oder so. Wahrscheinlich chillen die ganze Zeit da oben. Hä? Ups. Ja, ja, genau. Von der Seite auch wieder. Alter, fickt euch doch mal. Alter. Wieso nehme ich eigentlich nicht so eine Waffe auf? So, jetzt haben wir auch mal ein bisschen Waffen und so. Ja, nicht mit mir. Da bin ich gar nicht drauf gekommen, einfach mal eine Waffe aufzunehmen oder so. Okay, hier können wir anscheinend lang. Das ist mal eine geile Aufgabe. Es ist auch nicht so leicht, muss ich sagen. Das ist mal ein bisschen was Anspruchsvolles hier. Okay, hier kann man durch. Schon an der Seite lang schleichen. Da oben müssen wir, glaube ich, hin. Das sind unsere Verbündeten. Bin mir nicht sicher. Logan, wir sehen dich auf der... Ja, okay, das wäre ganz geil. Wenn ich denn mal irgendwann mal bei euch bin. Ich glaube, ich muss hier hoch. Das wäre nebenbei gar nicht so schlecht. Weil ich möchte jetzt endlich hier aus dem Scheiß-Jungel raus. Das ist ein bisschen nervig. Oh, Verbündete. Ja, alles ist okay. Bin nur einmal gestorben, aber ich bin wieder gelebt worden von irgendwas. Kontrollpunkt erreicht. Hallamala, hallamala. War schon da geil als Aufgabe. Ach so. Ist noch einer? Okay, das ist ein Verbündete. Lol, das sieht mal epic aus. Okay. Was zur Hölle ist das? So oder so, geben wir kein leichtes Ziel ab. Wenn wir schnell sind, dann schaffen wir es sicher nach Hause. Los jetzt! Okay, wir müssen zum Ende des Flusses gelangen. Und das sieht mal mega geil aus hier. Muss ich mal sagen. Okay, jetzt hier krasse Wasser-Action. Das ist auch mal ganz geil. Also das gefällt mir hier. Muss ich sagen. Das ist einer der geilsten Parts bis jetzt. Ja, ist gut. Oh Alter, jetzt sieht das hier geil aus alles. Muss ich sagen, das ist, das Design ist richtig geil. Alter, wie ich hier die ganze Zeit rumwaggern in irgendwelchen Steinen. Oh, Gegner sind hier nicht so wirklich. Das wundert mich. Hat man gehört. Hinter dem Wasserfall. Loll. Unter den Wasserfall. Ich sehe sie. So, ist ein Gegner. Ja, genau. Nicht bewegen. Ich habe mich nicht bewegt. What the fuck? Greifen die mich einfach mal random an. Alter, ey. Habe ich mich erschrocken. Neu. Raketenwerfer, wo? Hä? Ach da. Okay. Wo sind die? Ich glaube, die sind schon... Ich habe sie, glaube ich, schon erledigt. Erstmal durch den Wasserfall rutschen hier. Äh, durch den Fluss. Boah, das ist mal eine geile Aufgabe, muss ich sagen. Änderet mich ein bisschen an den Anfang von Halo. Muss ich sagen. Okay. Okay, erstmal verbündeter. Oder der hat irgendwie Maschinengewehr oder so. Äh, äh. Egal. Was labere ich hier eigentlich? Ich würde euch sowieso noch fragen, ob ich... Ah, nee, das mache ich im nächsten Part. Das mache ich im nächsten Part. Hä? Wo ist denn da wer? Keine Ahnung, die ballen da irgendwo drauf. Was macht's doch schon? Auf was ballert ihr da? Hä? Du Jolo, wir gehen einfach mal weiter. Oh, da war was. Okay. Wieso auch einfach immer vor mein... Vor meiner Waffe laufen? Leute, wo seid ihr? Okay, hier. Gut. Oh mein Gott. Was kommt jetzt? In einer Reihe bleiben. Okay. Ja, ich bleib da unten. Alles ganz gechillt. Ich bleib ganz gechillt unten. Okay, weiter geht's. Wir sind fast beim Fluss. Cash, gib weiter. Marco, hier Ghost 63. Wir sind beim Fluss und... Hey, wartet mal auf mich, Leute. Leute, wo seid... Wow. Es ist eine Rakete in der Luft. Kommt ihr, Jungs, jetzt endlich. Ja, 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 ich komm schon. Es wäre immer geil, wenn hier mal ein Kontrollpunkt... Nein, jetzt kommt ein Kontrollpunkt. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal hier. Das war's mit Part 12 und bis denn. Ciao, Leute. Abonniert. Auf Wiedersehen.